Jetzt legen wir das hier über den Schweißbalken rüber. Macht zu, jetzt läuft es immer so. Es saugt die Luft raus. Es saugt die Luft raus aus der Kammer, aus dem Beutel und raus. Ich breche es jetzt mal ab. Dann haben wir sie wieder noch länger laufen. Jetzt schweißt er. Nein, der läuft voll automatisch. Aber was macht das hier? Ich habe es auf Stufe 5 eingestellt.